hallo und herzlich willkommen zu hero brain in lederhosen und wieder nicht alleine denn ich bin wieder dabei ich bin annie wie immer eigentlich als hätte man es sich nicht gedenken können gedenken ja genau es gibt ja gab ja letztens dieses halloween update quasi wir haben nicht update sondern wir haben schon die coolen skins ja die 90 ich zeig das einfach mal kurz ja das nennt man hier dark oculus dann gibt es noch den avatar also das bild dazu das ist pumpkin poison und den hub title dark arts genau und das haben wir uns alles schon erspielt und es gibt ja zu den halloween gibt ja das go spiel also dachten wir spielen das einfach mal für euch ja genau wir spielen es auch so aber wir sind auch immer und wir wollten wie immer für die hoffnung dass sie eines tages mal gewinnt eines tages eines tages habt ihr das spiel schon gezockt und gezockt habt ihr das spiel schon gespielt und hat es euch gefallen schreibt ihr habt ihr gewonnen habt ihr am anfang spieler oder ghost wollen wir alles wissen alles spieler oder mensch du meinst ghost oder mensch oder ja ich bin ein geist geworden ich bin ein geist geworden ich habe noch keine leute infektet die leute kill mich die ganze zeit aber auch die opfer sind wichtig naja und ich meine indem du stirbst hast du irgendwer im andersen kill ermöglicht und somit machst du vielleicht jemand anderen gerade glücklich aber nicht mich selber ach immer diese egoistischen man soll auch mal an sich selber denken und nicht immer an die anderen man soll nicht immer an sich selbst denken sondern auch an die anderen aber wenn man immer noch an die anderen lenken ich meine wenn jemand anders ein stück glücklich ist dann bin ich auf jeden fall schon mal ein schönerer ort wo ist der letzte überlebende mensch super gemacht das war's nicht du oder nee aber ich war auch im rage mode quasi also super gemacht also hat dann ziemlich viele leute diese ja wie immer menschen ist auch cool mansion aber menschen menschen mann mann ich hab' ja was ja du we 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 dass man wenn man gestern drei vier mal killt die dann sterben also richtig sterben also ich bin zumindest schon mal gestorben er nie das ist siehst du diese geister da oben neben den menschen das ist wie viele wie oft die geister noch nicht wollen können quasi und wenn es aufgebraucht ist dann können sie nicht mehr rief von ich will diese runde mindestens 40 mal den zappen ich habe es jetzt jemals ja jetzt bin ich jetzt aber jetzt werde ich gespammt vor allem ich sehe nicht ich sehe dich ich sehe ich dass du dich dann wirklich sein ist immer wichtig und richtig effektet infektet man nicht ja gut ich glaube ich habe nicht mal 20 mal geschafft ist der zweite mensch nein ich war der vorletzte mensch ja noch überlebt hat meinte ich jetzt war der vorletzte mensch in dieser geisterinversion der letzte wurde auch gekillt wir sind alle glücklich darüber aber er ist glücklich und somit ist die welt ein kleines stückchen besser okay mal wieder wie immer spooky hallo voten was ist eure lieblings map spooky hallo schreibt in die kommentare ich glaube wir haben es ja schon zu oft gesagt schreibt in die kommentare und schreibt in die kommentare ich bin direkt bei einem geist gespawnt was ist das danke dass du gerade kein schimpfwort gesagt hast ich bin direkt bei einem geist gespawnt und dann habe ich den geist gekillt und dann ist er direkt neben mir gespawnt ich bin jetzt auch ein geist ich glaube ich habe jemanden infektet oder auch nicht nevermind habe ich nicht ich bin ganz plötzlich aus versehen auf back to haupt das kann sein ich würde sagen wir spielen noch eine runde und dann beenden wir das video weil lange videos schaut sich ja echt so lange videos mit irgendwelchen gelaber oder kurzen videos mit irgendwelchen unnötigen zeugs was jemand immer wieder frauen wird ich bin zum ersten mal geist ich habe es geschafft nicht zu gehen ja du hast nein 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 ich muss die ganze zeit genau du musst ja dritter platz werden ich versuche gerade super nur ich versuche gerade ich versuche gerade super nur zu infekten aber hat nicht geklappt sorry solltest du diese person gibt die sollte diese person jetzt gerade zuschauen nein ich meine jetzt sorry das person die ich gerade genannt habe vielleicht gerade zuschaut also war nicht böse gemeint und kann auch sein dass wir normalen minecraft kein loob ist kann auch sein dass du in diesem spiel kein loob ist ich habe das jetzt gerade bloß so ein bisschen so empfunden also war nicht böse gemeint ja das war's dann und jetzt einfach gleich noch meine verabschiedung ein